Und damit sagen wir jetzt an dieser Stelle Tschüss, auf Wiedersehen mit dem letzten Stück des heutigen Abends. Freuen Sie sich noch einmal auf großartige Musik. Freuen Sie sich, du hast dich schon bewaffnet, sehe ich. Freuen Sie sich auf Josef Retter am Saxophon, freuen Sie sich auf Flo Bayer an der Trompete, freuen Sie sich auf die Harmonika Big Band und das Blasorchester Bärstadt, das Wiegenlied von Brahms. Guten Abend, gute Nacht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.